Hallo zusammen, herzlich willkommen. Es gibt neue Infos zum Dicken-DLC, das im November für Aoi4 erscheinen wird. Und ja, wir haben neue Infos über eine neue Civ, und zwar die Ayubiden. Das ist die Variation der Abasidischen Dynastie. Und es gibt einige neue Einheiten, einige Neuerungen, und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Viel Spaß! Die Ayubiden sind eine Dynastie, die wohl so 1200 in dem Zeitraum nach Christus in Ägypten herrschte. Und ich habe auch nochmal schnell gegoogelt, weil ich mir nicht ganz sicher war, wo das überhaupt herkommt. Und was ganz interessant war, ist, dass diese Dynastie nach Ayub, dem Vater von Saladin, benannt wurde. Und der ist, glaube ich, so ziemlich jedem ein Begriff. Aber schauen wir uns jetzt an, was die Ayubiden in Aoi4 zu bieten haben. Und wie schon gesagt, sind die Ayubiden eine Variation der Abasiden. Das bedeutet, es gibt einige Übereinstimmungen mit den Abasiden, aber auch viel Neues. Und wir wollen uns natürlich vor allem die neuen Sachen anschauen. Unter anderem gibt es ein paar neue Kameleinheiten, was ich sehr spannend finde. Und spannend ist auf jeden Fall der Desert Raider oder die Desert Raider. Und zwar ist das eine Kavallerieeinheit, die beides benutzen können. Schwert und Bogen. Das heißt, man kann mikrotechnisch entscheiden, ob man gerade in den Nahkampf will oder ob man auf den Fernkampf wechseln möchte. Das wird wahrscheinlich mikromäßig anspruchsvoll werden. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das in der Praxis sich anfühlen wird. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit. Und er öffnet natürlich einige taktische Möglichkeiten. Sehr spannende Einheit, wie ich finde. Sieht auch wie immer cool aus. Bin gespannt, wenn es mehr dazu gibt. Die zweite neue Kameleinheit ist der sogenannte Camel Lancer. Die Camel Lancer ersetzen die normalen Knights, sage ich jetzt mal, die die Abasiden ja spielen. Und ja, die Camel Lancer edeln auch den Knights, aber sie haben eine besondere Eigenschaft. Und zwar haben die so einen taktischen Charge. Und die machen umso mehr Damage, desto weiter entfernt sie ihren Charge beginnen. Das heißt, wenn die Camel Lancer ziemlich weit entfernt sind von der gegnerischen Armee, diese erblicken und dann von dort aus chargen und auf die Gegner zustürmen, dann machen die verdammt viel Damage. Und desto größer der Abstand zwischen den Gegnern und den Camel Lancern ist, desto mehr Damage machen sie. Auch eine sehr interessante Angelegenheit. Bin gespannt, wie sich das in der Praxis anfühlen wird. Dann haben wir noch eine ganz besondere Siege-Einheit. Und ja, Tower of the Sultan wird es genannt. Also ein sehr, sehr starker Siege-Tower, der die Besonderheit hat, dass er auch Gebäude einreißen kann und dabei wohl auch Pfeile verschießt. Es soll wohl eine sehr teure Einheit sein, die dementsprechend aber auch sehr stark sein wird. Und sieht auf jeden Fall witzig aus. Bin gespannt, wie stark sie dann tatsächlich sein wird und wie sich das in Game anfühlen wird. Dann haben wir noch eine Besonderheit, und zwar im Haus der Weisheit, das ja auch die Abasiden hat. Dort gibt es einige Änderungen. Und zwar, ja, das Haus der Weisheit, der Name bleibt bestehen, aber es hat komplett andere Möglichkeiten als bei den Abasiden. Und zwar kann man sich hier auch für den Wirtschaftsflügel entscheiden. Allerdings kann man bei jedem Flügel zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. Und im Wirtschaftsflügel ist die eine Möglichkeit die Entwicklung Growth, also Wachstum, nehme ich an. Damit kann man Dorfbewohner sich holen, zusätzlich. Und die Alternative ist Industry. Und mit dieser Möglichkeit bekommt man eine Lieferung Holz. Also man kann entscheiden, wenn man auf den Wirtschaftsflügel geht, kann man entscheiden, möchte man zusätzlich Dorfbewohner haben oder möchte man eine Holzlieferung haben. Was sehr interessant ist, und das trifft auf alle Flügel zu, die werden immer stärker, desto später das Zeitalter ist, in dem man es auswählt. Das heißt, ich gehe jetzt auf den Wirtschaftsflügel in Feudel Age und hole mir zusätzlich Dorfbewohner. Dann kriege ich Zahl x an Dorfbewohner. Ich weiß noch nicht genau, wie viel es sein wird. Da gehe ich jetzt aber erst im imperialen Zeitalter auf den Wirtschaftsflügel. Dann bekomme ich wesentlich mehr Dorfbewohner, wenn ich mich für diese Möglichkeit entscheide. Das soll bewirken, dass man total flexibel ist und ständig quasi entscheiden kann, in jedem Game neu entscheiden kann, welcher Flügel jetzt gerade in dieser Spielsituation sinnvoll ist, mit welcher Möglichkeit. Also dass man das Ganze einfach sehr, sehr flexibel gestalten kann. Finde ich, klingt sehr interessant. Gucken wir uns den Militärflügel an. Dort gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass der Militärflügel so ähnlich wird wie die Militärschule der Osmanen und dann quasi passiv, ohne dass man dafür was zahlen muss, Desert Raider produziert. Und die andere Alternative ist die MasterSmith. Dort kann man dann sofort alle Schmiede-Upgrades holen. Ich weiß nicht, ob man die extra anklicken muss oder man hat halt die Möglichkeit, dann nochmal für Kosten sofort diese Entwicklung zu holen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in der Praxis dann wirklich aussieht. Auf jeden Fall eine sehr spannende Möglichkeit. Dann haben wir noch den Kulturflügel. Auch wieder zwei Möglichkeiten. Einmal kann man sich entscheiden, für die Möglichkeit billiger und schneller zu agen, also ins nächste Zeitalter voranzuschreiten. Oder aber man kann eine Gruppe von Dervishes sich holen. Und Dervishes, ich will mir ziemlich sicher, dass ich sie wieder falsch ausspreche, werden eine neue religiöse Einheit sein bei den Ayubiden. Allerdings wird diese Einheit bisher noch nicht weiter vorgestellt. Also das ist noch so ein kleines Geheimnis, was die wirklich können. Es ist auf jeden Fall die Rede von Mars Heal. Also es scheint auch wieder Heilung in einem ganzen Bereich zu geben. Und diese Dervishes scheinen auch beritten zu sein. Was das Ganze natürlich sehr interessant macht. Aber wie gesagt, bisher gibt es da noch nicht so richtig viele Infos zu dieser Einheit. Letztes haben wir dann noch den Handelsflügel. Und dort kann man sich entscheiden, zum Beispiel für den Bazaar. Und der Bazaar ermöglicht es dann, einen entweder Einheiten anzuheuern oder Ressourcen zu kaufen bei neutralen Händlern. Das bedeutet, wenn man auf den Handelsflügel an seinem Haus der Weisheit geht, dann kommen neutrale Händler zu dem Bazaar sozusagen. Und dann kann man entweder Einheiten anheuern oder halt Ressourcen von diesen neutralen Händlern kaufen. Die andere Option ist, dass man eine Gruppe von Utterbeck-Advisizers anheuern kann oder produzieren kann. Und diese Einheit kann man dann in Militärgebäude stecken und die verbessern dann die Ausbildungszeit von Einheiten. Also so wie man es vielleicht schon bei Delhi kennt. Da kann man ja auch die Gelehrte in die Militärgebäude packen. Und so wird das dann wohl auch aussehen, wenn man sich hier mit dem Handelsflügel für diese spezielle Gruppe entscheidet. Ja, soviel zu den Ayubiden. Kurzes Fazit von mir. Sieht sehr, sehr interessant aus. Mir gefällt, dass im Gegensatz zu John Dark hier wieder ein komplett anderer Ansatz gewählt wurde vom Aufbau her dieser neuen Civ. Ja, es sind große Ähnlichkeiten zu den Abasiden. Aber das ist bei diesen Variations-Sifts, die wir jetzt dazu bekommen, ja so. Dennoch viele neue Einheiten, viele neue Mechanics. Und es sieht schon so aus, als ob sich dieses Volk doch sehr unterschiedlich oder sehr anders spielen lässt als beispielsweise die Abasiden. Von daher, wieder neue Infos, neue Bilder, neue Einheiten, viele Neuerungen. Sieht alles sehr spannend aus. Lasst mir gerne eure Meinung da. Was haltet ihr davon, von diesen Neuigkeiten? Und ja, ich denke mal, nächste Woche gibt es dann die nächste News zur nächsten Civ. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Gerne abonnieren, liken und kommentieren. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020